Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skat-Geschichte. Heute habe ich eine Verteilung rausgesucht, die habe ich gespielt bei der Europameisterschaft 2015 in Koblenz, ein ganz irres Ding, irgendwie so komisch, so absurd, dass, da kannst du ewig Skat spielen, du wirst auf solche Geschichten nicht kommen, wenn du sie nicht dann selber mal direkt am Tisch erlebst. Ja, ihr fragt mich manchmal, kannst du dir diese ganzen Verteilungen so merken, die du hier präsentierst? Wenn sie so lange zurückliegen, dann müssen es schon wirklich Highlights gewesen sein und bei dieser Verteilung hier, die ich jetzt gleich zeige, da habe ich auch eine ganz gute Zeit, gutes Stündchen erstmal eben noch rumgebastelt, um rauszukriegen, wie war es denn nun ganz genau? Natürlich konnte ich mich an meine Karte weitestgehend erinnern, vor allen Dingen an die 5 Picken, denn das war wirklich irre, was da gleich passiert, kommen wir aber gleich zu. Erstmal wollte ich jetzt die Chancen nutzen, im neuen Jahr auch nochmal zu sagen, wow, danke, ihr seid ein geiles Publikum, ihr seid ein treues Publikum, wie dieser Kanal jetzt hier in den letzten anderthalb Jahren gewachsen ist, das ist irre, das hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt, also wie interessiert ihr am Skat seid, wie treu ihr auch seid, das motiviert mich richtig und ja, wer immer da glaubt, Skat wäre tot, dieser Kanal, denke ich, beweist das Gegenteil, Skat lebt, Skat wird auch weiterleben, auch die Altersstruktur hier auf meinem Kanal übrigens super ausgewogen, die meisten von euch sind tatsächlich zwischen 20 und 35 Jahre, also Skat hat hier auf diesem Kanal auch kein Altersproblem, von daher sage ich nur, geht dann auch in die Vereine, geht zu den Turnieren, spielt das Spiel mit Freunden, mit Bekannten, aber auch lasst euch von guten Spielern herausfordern, das macht richtig Laub. Dann kommen wir jetzt mal zu dieser Partie, gespielt von mir in der 14. Serie der Europameisterschaft 2015 in Koblenz. Ich war zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen verzweifelt, kann man so sagen, denn so eine Europameisterschaft, die geht über 15 Serien und danach sind die besten 16 im Finale, da will also jeder hin und weil in diesen 15 Serien auch sehr spät erst gesetzt wird, werden typischerweise ziemlich hohe Ergebnisse gebraucht, ich war da noch einigermaßen hinterher, braucht jetzt also in der 14. und 15. Serie noch gut 3000 Punkte, um das überhaupt schaffen zu können, also sehr gute Ergebnisse und diese 14. Serie lief bis zu diesem Zeitpunkt irgendwann, dann spielt 35, 36 auch bestenfalls durchschnittlich. Ich war also, wie gesagt, schon ziemlich verzweifelt, so verzweifelt, dass ich tatsächlich dieses Blatt in Hinterhand jetzt voll durchgezogen habe, den Peak, bin erst bei 36 rangekommen. Die Gegner am Tisch übrigens absolut keine Leichtgewichte, hier in Vorhand saß Josef Mürczyk, ein Senior aus Polen, ein sehr erfahrener, sehr starker Spieler, gegen den hatte ich auch schon 2013 im Finale der Europameisterschaft in Belgien gespielt. In Mittelhand saß Tassilo Krause, junger Mann, Top-Spieler, erste Bundesliga bei Tübingen. Also ich konnte nicht unbedingt auf Fehler bauen, ich habe eben einfach gehofft, dass jetzt hier was Gutes im Skat liegt, dass ich das Spiel noch mit dem 6. Trumpf irgendwie verstärke und einfach das Spiel gewinne. Schon so eine Art Entscheidungsspiel, wenn man so will. Ja, bei 36er Reizung natürlich die Chancen, hier wirklich passend zu finden und dann ein Spiel zu gewinnen, nicht mehr besonders gut, denn Kreuz, Peak und Herz, Bugel darf dann natürlich für den Peak auch schon nicht mehr im Skat liegen. Ich bekomme nun also das Spiel, nehme den Skat auf und finde zu meinem Entsetzen natürlich den Kreuz, Bugel zusammen mit einer Karolusche und jetzt kann ich den Peak natürlich nicht mehr gewinnen und in Hinterhand ist natürlich ein Rang auch aussichtslos. In Vorhand könntest du den Rang vielleicht noch losmachen, hoffen, dass zwei Buben fallen auf Kreuz, Bugel, und du dann irgendwann im Spielverlauf, dann die Peak-Flöte spielen, im Spielverlauf du wieder in Herz eingespielt wirst und das Ding irgendwie ganz knapp gewinnst. In Hinterhand kann dieser Plan einfach nicht aufgehen. Ich habe jetzt also zu einem Verzweiflungsspiel gegriffen, was auch wirklich nur eine minimale Siegsschance hat. Herz, Ass gedrückt, Kreuz, Bube und jetzt Nulluver mit der Fünferlänge, Fünferlänge, Peak ohne 7. Logischerweise kann das Spiel, wenn überhaupt, Null gewonnen werden, wenn die Peak-7 blank sitzt. Es fehlen ja drei Picken, also wenn die Peak-7 mit einem Buben oder der Dame bestellt ist, dann kommt einmal Peak auf den Tisch hoch, Bube-Dame und danach kommt dann die 7 hinterher, spätestens nachdem da noch ein Übergangszug gespielt wurde. Theoretisch natürlich auch denkbar, dass Peak-Dame drankommt, blank, und jetzt keine Übergabe zur Peak-7 hat. Das wäre aber doch sehr weit hergeholt und fast ein bisschen zu, ja, abenteuerlich auch für so eine Aufgabe, so war, oder für diese Verteilung, so war es also nicht. Peak-7 musste schon blank sitzen und dann habe ich hier noch die kleine Baustelle Karo-Dame. Das Ding kann natürlich auch immer fallen und jetzt gucken die beiden anderen in ihre Karten und es dauert tatsächlich eine ganze Zeit, das macht ihr dann ja schon irgendwie erstmal Hoffnung, und dann liegt da plötzlich folgender Stich, Kreuz König, Kreuz Ass, und ja, jetzt frage ich doch mal in die Runde, was sollten wir denn jetzt mit diesem Stich tun? Sollten wir Karo abschmeißen oder besser Peak? Es erscheint im ersten Moment absurd, Peak abzuschmeißen, denn du hast 5 Stück, wie sollst du die nun alle losbekommen? Mit Abwurf Karo-Dame kannst du sofort die andere Baustelle klären und musst dann eben hoffen, dass es in Peak nicht geht, also ich denke Karo-Dame abzuschmeißen, das ist hier ein Zug, der sich im ersten Moment erstmal wunderbar vertreten lässt. Ich weiß auch nicht, wie viele da auch tatsächlich auf eine andere Idee kommen oder gekommen wären. Die Verteilung war nun wirklich super abenteuerlich, super extrem. Ich zeige das jetzt hier mal einmal, wie die Karte saß. Das Lustige war nämlich, dass es tatsächlich keine einzige Übergabe zum Spieler in Mittelhand gab, außer eben auf dem Kreuz Ass und theoretisch noch in der Karo 10, aber diese Übergabe in Karo sollte natürlich nicht gespielt werden, denn dann wäre Karo sofort kaputt gewesen. Es war tatsächlich hier die Peak 7 blank und wer jetzt hier also gesagt hat, Karo-Dame muss erstmal weg, wir sehen übrigens auch, Karo Ass, König 9 sitzt hier hinter mir, scheint erstmal euch zu bestärken, wie ihr sagt, Karo-Dame wäre hier die richtige Karte gewesen, denn jetzt kann natürlich zweimal von hier Karo kommen, hinten nimmt Ass und König raus und dann kann er die 9 spielen. Das wäre aber tatsächlich nicht das Problem gewesen, denn wie gesagt, die einzige Übergabe außer in Karo war in Kreuz und die wurde hier schon gespielt. Das heißt, Karo-Dame wäre nicht das Problem gewesen. Wer sie jetzt tatsächlich abgeworfen hätte, der hätte sich jetzt folgenden weiteren Spielverlauf ausgesetzt gesehen. Es hätte jetzt weiter Kreuz auf den Tisch kommen können. Jetzt können wir natürlich mal anfangen, Peak abzuwerfen. Der erste Peak wird abgeworfen, die Gegner unverzagt ziehen weiter in dieser Kreuzfarbe die Karten raus. Ja, warum tun sie das? Weil dieser Spieler hier irgendwann mal seine Peak-Bilder abschmeißen muss und das geht eben nur in Kreuz einerseits, wo jetzt hier noch einer über ist und es wird dann auch noch in Herz funktionieren. Herz König kommt weiter, Herz König, Herz Bube. Ich muss bedienen. Herz Dame, Herz 10. Ich darf bedienen und jetzt wird in Karo die Übergabe gespielt. Karo 9, Karo 10. Ich darf erneut bedienen. Ich habe jetzt nur noch drei Picken und bekomme wieder die Möglichkeit, hier auf Kreuz einen Peak loszuwerden. Diesmal bin ich allerdings nicht der Einzige. Auch Hinterhand kann jetzt Peak abtragen und jetzt kriege ich noch eine Chance. Auf Herz darf ich noch ein weiteres Mal Peak abtragen. Aber auch Hinterhand darf noch einmal abtragen und jetzt sind wir im neunten Stich und da ist das Elend passiert. Peak 7, Peak 8, hinten nur noch Karo, weil ich also im ersten Stich die Karo Dame abgeworfen habe oder wer das getan hat, der verliert jetzt hier allen Ernstes im neunten Stich dieses Spiel nach so einem kuriosen Spielverlauf. Zum Glück, ich habe hier manchmal schon im Konjunktiv formuliert, zum Glück hat der Spieler in Vorhand diesen wilden Weg nicht gesehen und hat das Spiel direkt aufgegeben. Mittelhand Tassilo hat das schon gesehen. Der war ein bisschen ärgerlich und sagt, Mensch, spiel doch erstmal Kreuz aus. Kreuz König erstmal gucken, was er macht. Und ich bin also um diese Entscheidung rumgekommen. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube ganz instinktiv, Karo Dame, ja mein Gott, ich denke, ich hätte sie wohl gelegt. Und dann hätte ich mir hier hinterher anschauen können, wie sie mir das Spiel auseinander gepflückt hätten. Das Schöne an diesem und nach diesem Spiel war, dass ich dann in der Serie noch 1200 Punkte zusammen bekam, mich ein wenig verbessern konnte an Tisch 10 und da dann in der letzten Serie tatsächlich den großen Lauf bekam, den ich brauchte, große Karten im drittletzten Spiel, dann glaube ich nochmal in Kranghand mit 2, damit dann 1700 hochgespielt und tatsächlich noch in die ersten 16 ganz knapp reingerutscht. Das war also hier mein Brustlöserspiel und hat irgendwie einmal mir gezeigt, es ist ein irres Spiel und du darfst beim Skat eben niemals aufgeben. Ja.